Gere, was ist das? Was hast du da? Eine meiner absoluten Favebands. Overkill! Und weißt du, was das Geilste ist? Weißt du, was das Geilste ist? Der Sänger heißt genauso wie du. Bobby Blitz, hier, Leute, im nächsten Rockhard neue Overkill CD dabei, zwei brandneue Songs vom nächsten Album, vier Live-Songs, specially nur für diese Ausgabe, abgemischt vom Rockhard Festival 2011. Leute, kauft euch das Ding! Und wir zwei sind die Idioten von der Tanker. Und nicht vergessen, Rockhard Festival 2012. Wir sehen uns dort.